Wenn man da raufkommt, da gibt es einen Haufen ausgepacktes Kartonage, eine Küche, wo erst urviel Schachteln waren, die habe ich alle weggeräumt. Da ist mein Radvers gepackt. Dann gibt es hier eine Lederjacke, ist das die von Willi? Nein. Dann ein Bett mit einem Bruch. Badewanne, eine wunderschön installierte Infrarotkabine, Schachteln, Tisch, Sessel, und dann noch mehr Schachteln und zwei Teppiche und hier die Kunst. Und das ist hier halt auch, dass wir alles neu aufbauen. Die Regale stehen halt irgendwie da. Gut, das ist soweit zu meinem Reich.